Seid gegrüßt, herzlich willkommen in der heutigen Neurunde hier vom LS22, Neur Präzischer Marsch natürlich mit, immer noch Unkraut. Sehr fleckiges Unkraut, dank Präzischen Farming haben wir fleckiges Unkraut, aber wir haben eine Spot-Spread-Technologie und sparen ein extremes Spritzmittel. Ich weiß nicht, ob ich schon 100 Hektar, glaube ich, gespritzt habe mit 4.000 Litern Spritzmittel, also da soll man mal nicht verteufeln, das gute Spritzmittel und sagen, man muss immer alles striegeln. Striegeln hätte ich mit Sicherheit schon auch nicht viel Gutes getan, alleine durch die Mechanik, durch die ganzen Dieselverbrauch und so weiter und so fort, Bodenverdichtung und so weiter. Von daher, Spritzen hier ist schon, Spritzen ist gut. Hoch lebe die Spritztechnologie. So, so wie dazu. So, haben wir noch mehr geschickte Umfragen, man weiß es nicht, war eine gute Idee, also in der letzten Folge war die Frage im Raum, hier im Livestream, konnte man Punkte wetten, wie viele Produktionen habe ich wohl? Und aktuell habe ich 97 Produktionen. Ich hatte ja auch mit ungefähr 20 weniger gerechnet, aber es levelet sich zusammen, weil man hat da vielleicht vergessen, oder ich habe zumindest im ersten Moment nicht mehr daran gedacht, dass auch die ganzen Photovoltaik-Solarhallen, die ich auf dem Hof stehen habe, das sind ja auch alles Produktionen. Ne, da alleine stehen ja auch schon 10 Hallen, so ungefähr, ne? Dann kommt die Dünger, die Saatgut, dann ein paar Abwasserstationen, die Recyclingstationen, dann in die normalen großen Produktionstätten, hier stehen ja auch alleine drei und so weiter und so fort. Aber ich sehe jetzt nicht Produktionslinien irgendwo, ne? Antagen sind 15, ja genau, 4, 7, 8, 8 mal Obst, glaube ich, ja, kommt hin. Feels amazing, man. Ja, eigentlich haben wir noch ein paar mehr Plantagen, ne? Striegel und Spritzen in Kombination, ja, ich bin nur am Spritzen, weil das einfach so günstig ist. Eine Ladung Spritzmittel praktisch für die ganze NF-Marsch. Ja, ich fahre jetzt hier auch selber, ne? Ich kann auch die Zeit einfach jetzt blindweg wegspulen, aber in jedem Andersfeld, das können wir aber lieber mit dem Helfer machen und dann haben wir noch zwei Felder mehr und das muss im Mai jetzt halt noch gemacht werden und gut ist. Jetzt hatten wir tatsächlich noch eine ganze Endgame-Stunde Regen. Wir haben auch in real life Regen, kannst du auf und hör das doch mal, ist das auch richtig Schietweller, das ist bei euch Leute. Schönes Wetter, Sonnenschein, warm, kurze Hose. Schönes Wetter, Sonnenschein, warm, kurze Hose. Schön, Leif, Forrest. Bei uns schneit's. Na gut. Mit 1000 Höhenmeter. Regen und 7 Grad. Ja, sowas würde ich ja auch wahrscheinlich eh nicht hin. Temperatur weiß ich jetzt nicht, aber kommt wahrscheinlich hin. Und schau jetzt leider auch, da euch schneit's da unten im Süden. Jetzt die Kaiser, danke dir ja für den Substufe 2 im 29. Monat. Vielen, vielen Dank. Einmal Wasserbombe. Vielen Dank. Ja, hatten wir gestern auch, aber nee, sagtest du. Also hier Gewitter hatten wir nicht, aber Hagelschauer hatten wir auch. Oh, es hat aufzuregnen. Genau eine Stunde hat's circa geregnet. Aber denk mal gar nicht, was diese Verteiler kosten, sich zusammenlappern. Ich mein, Strom kommt mir ja nun mal nicht drum rum. Das heißt, man modet sich ein Stromanhänger, der Strom auffüllt, aber ein bisschen komisch. Aber auch mit dem Wasser und Wartung leppert zusammen mit den Verteilungskosten. Ja, jetzt fahr ich jetzt erstmal rüber schnell zu Feld 30. Die Verteilungskosten. Das ist eine Minute, wow. Das ist das Zuckerrohr hier, ne? Guck mal, das ist die kleine Stube, das Zuckerrohr. Das ist ein bisschen was für ein Schilf eigentlich, ne? Oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen was für ein Schilf. Hier so schön angeseht. Können wir heute noch Hopfen hoch oder was? 30 mal höher, ja, auch bei mir. Ich wohne ja auch 20 Meter hoch ungefähr, was für nordische Verhältnisse schon überdurchschnittlich ist, wahrscheinlich für schleswig-holsteinische Verhältnisse. Also von wegen gar nicht so hoch. Das ist für uns unglaublich hoch. Das ist eine Höhenangst. Das hat glaube ich nicht ganz gereicht für die Mitte auch, oder? Nee. Gut. So, 45 ist mal wieder im Feld, was er jetzt eigentlich alleine machen kann. Dann können wir zwischendurch nochmal gucken, ob wir noch irgendwas zusammenkratzen können für die Produktion. Ob es eine einzelne, vielleicht auch ein paar Schildgutverkaufstouren gibt, die wir machen könnten. Genau. So. meine eltern also nordfriesland drüben haben wir plus minus gewohnt ja auch so haben wir auch in nordfriesland ist ja auch durchaus üblich ob mein bruder wohnt sogar knapp runter oder wenn sie in der senke drinnen da richtung ich sag mal so richtung also zwischen liebe nordfriesland und leck nordfriesland da irgendwo in der ecke gibt es halt auch so ein paar regionen sind noch meist unter null oder also nicht viel aber ein bisschen ich weiß aber nicht viel mehr deiche bei uns also sowas glaube ich nicht also ich glaube sowas wird die lüge wird auch plus minus null sein wo ich glaube hat er auf eine wohnt auf einer war ich glaube ich glaube die haben eine warf das ist eine kleine anhöhung man damals gemacht hat gibt es ja heute gibt auch eine reportage über die warften jetzt dass jemand interessiert und wer sich damit nicht auskennt was eine warf ist gerne mal gucken fehlt hier eigentlich so ein bisschen warften aber ist kein platz mehr auf der karte und das ist noch tal ist auch lust hier wächst unser haben war ich habe halt der erste vierte steigen die preise hier fürs haben für das unermessliche hier 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 wenn wir wegen den bäumen rundherum 16 fach wegen behaupten genau das haben wir denn sonst so sich jetzt also dachte und gucken erst immer noch relativ viel im lager auf ein bisschen raps ein bisschen lieben ich finde ich alles wahrscheinlich zu üben wieder raps oliven mais 30.000 sogar rüben schnitzel das ist auch immer nur kurz was ok das lohnt schon wieder schon wieder eine ladung für die milch produktion wir kommen langsam in gang ist ein bisschen knapp damit diese hier die eine werkstätte mit personalen die beim rinderhof wahrscheinlich sein oder ob ich weiß nicht genau betan könnte ich mal ein bisschen verkaufen fahren muss man die flüssigkeiten fast machen der bei der musterei noch war ne das am hafen mal verkaufen hat solz stoff haben wir auch viel total lager ist 10.000 textilfabrik hat 30.000 wir können da ganzen schwung von verkaufen ich gucke jetzt gerade so ein bisschen nach kleinen positionen nach einzelpositionen wo ich sage ok da lohnt sich aktuell noch ein verkauf das wird vielleicht sinn machen ich habe jetzt gesagt ich möchte jetzt nach dem jeden monat 500.000 aufs sparbuch packen drei weitere stehen da wieder ne holgerei milch labormilch steht am obersten dann würde ich wieder labormilch nach oben auch wenn es dann schwieriger ist das rauszukriegen aus der liste da wird jetzt beim rinderhof milch ja warte dann nimm sie ja von die erstmal hier mit wir wollen zumindest eine portion kriegen ja wohl ne ich nehm den ne der ist fertig mit wasserabgabe hat jetzt ja auch geregnet also die obstfelder dürfen auch genug wasser haben also den möchte ich jetzt gleich Methan verkaufen fahren mit noch die erdbeeren noch mal abholen also zähl von 6 32 achten krucke traube aber es ist zu dieser spritzen das müssen wir mal erledigen ob jetzt mal eins oder mal zwei das ganze erledigen ist total egal und geht mal ein bisschen höher in der geschwindigkeit übernacht werden auch wieder definitiv mehr drin stehen als nur drei weitere aber es macht halt irgendwo sinn ich sag mal jetzt bis mai ist also im mai zwei bis zum mittag zum spulen und dann anfangen bisschen ein paar sachen zu verkaufen und wieder zu versorgen dann geht es im juni und im juni müssten wir müssen ja gerstiefelder müssten ja dann eigentlich schon erndreif sein dann geht es um so Das war's für heute. Das haben wir ja schon gemacht. Müssen wir noch abgeben. Ne, die Weizenernten bringen, also generell das Dreschen bringt eben deutlich mehr Geld. Das liegt aber, man kann das gleich einstellen bei sich in Better Contracts Mod, wie viel man vergütet haben möchte. Dann können wir eigentlich gleich hierbleiben, wenn wir hier rübersetzen. 1500 Waffel Eis, 8000 Quasch Eis. Nein, mit dem Quasch Eis wird der Betrugis Fischer 2 schon mal rauskriegen. Damit er überhaupt mal was kriegt. Weil die haben dann auch nichts. Der Booster ist ja gar nicht aktiv da. Dann mach ich das. Auch wenn das natürlich nicht reicht, um die da rauszukriegen. Machen wir damit hier zu Fischer 2. Das ist analog nicht so richtig. Dann wollen sie mehr Bargeld haben wir am nächsten Tag. Vielleicht hat er sich Eis auch schon mal mit mir für den Krebsstart, Leute. Auch wenn es nur wenig ist, besser ist nichts, ne? Das reicht doch immerhin für 16. Also eigentlich ja für 32 Stück, ne? Höffel Eis. Da muss ich ja noch Geld verdienen fürs Dekorieren. Ja, aber Mai 2, ne? Nach dem Verkauf. Wieso? Oder wir machen das im Mai Vormittags. Dass die Zeit einfach mal rumlaufen. Wir müssen eigentlich erst in die Stadt damit. Wobei wir können ihn trotzdem erst zur Fischer schicken und danach weiterfahren. Und wir halt ein bisschen Waffel Eisen und der Fischer nicht an. Wir sehen mich am Ende der Folge, Leute. Und ich will mit neuen Kaffee organisieren. Kurze Pause. Viel Spaß beim Rauchen. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.